Ein Königreich für eine Traube. Das ist der Slogan unseres Hauses K&K Kierenbauer in Deutschkreuz im Mittelbringland. Natürlich legen wir für die meisten anderen Spitzenweingüter Wert auf penible Bearbeitung unserer Weingärten, auf gesunde Trauben und auf die Identität des Bodens und der Herkunft, den man auch in den Weinen wiederfinden soll. Unsere Weine stehen für Nachhaltigkeit, biologische Bewirtschaftungsweise und sind Ausdruck unserer panonischen Lebensfreude. Mit Das Phantom hat man 1987 österreichische Weinbaugeschichte geschrieben, in dem die erste Rotwein-Brand auf den Markt kam und seither das Flaggschiff unseres Hauses ist.